Sind die geliebten Highlanderinnen wirklich so doof oder tun die nur so? Im Zirkus darf jeder so sein, wie er mag. Welches Talent schlummert in euch? Präsentiert es in der M... Mané. Was? In der M... Mané. Sch... Mané. Sch... Mit das Bierweich. Mané-sche. Mané-sche. Bingo. Aber die Männer haben sicherlich alles völlig im Griff. Ich hab einen Kaffee gemacht. Eigentlich das erste Mal in meinem Leben Kaffee gekocht und ich wusste nicht, wie das geht. Und ich wusste nicht, wie das geht. Das ist also... Ab der Schiene. Aha. Okay, krass. Voll schön. Aber ich muss direkt sagen, ich hab zum ersten Mal Kaffee gekocht und ich wusste nicht, wie das geht. Und ich bin nass. No. 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 How no? Zum ersten Mal Kaffee gekocht? Das ist bestimmt lecker. Dankeschön. I just made two cups. Ikit, ikit. Naja, wenigstens stecken die Islander voll mit bemerkenswerten Weisheiten. Und dann bisschen im Eimer, bisschen daneben. Man kennt das ja. Man trifft nicht immer. Aber manchmal ist der Wille manchmal nur da. Nur da, aber... I mean, I don't know what to say. Und dazu wissen sie auch, wie man so richtig eine Show hinlegt. Wir machen das Unmögliche möglich. Wir führen euch eine Zaubershow vor. Ihr habt die noch nie gesehen. Fangen wir mal an mit dem Luftballon. Eins. Eins. Zwei. Drei. Eieieieieieiei. Moment, Moment. Der Trink ist noch nicht vorbei. Ich glaube in zwölf Jahren habe ich so etwas Schlechtes noch nicht gesehen. Die geliebten Islander sind riesige Fans vom Film Dirty Dancing, oder? Also ich würd gern Donksy Denksy sehen. Waaas? Donksy Denksy Denksy sehen. Was soll die verdammte Scheisse?